Ich war bequem, ging selten raus, während sie was erlebte, saß ich am Handy hier zu Haus. Hatte keinen Mut, hier wegzugehen, vielleicht nächstes Mal, wir werden sehen. Hab nichts riskiert, verpasste Chancen, erlebte niemals Abenteuer und Romanzen. Machte Pläne, sagte ab, unangenehm. Nein, ich kann nicht, vielleicht nächstes Mal, wir werden sehen. Sie genoss die Wellen, surfte im Sonnenschein und ich saß auf dem Sofa und lasst Nachos ganz allein. Auf der einen Seite waren es wirklich leckere Nachos, ich brauch nen Saft. Doch auf der anderen Seite hab ich zu Leben verpasst. Ja, so war das. Sie rief oft an, ich kam nie mit. Während sie sprang, war ich geknickt. Meilenweit entfernt winkte ich ihr übers Display. Sie war grad in China, ich aß vom China-Buffet. Zu viel Angst zu sterben, das war mein großes Problem. Jedes Mal, vielleicht nächstes Mal, wir werden sehen. Bis zum Moment, als mein Geist beschloss zu gehen. Ich bin kein Geist beschloss zu gehen. Aber ich bin kein Geist beschloss zu gehen. Vielen Dank.